Mr. Burgundy, wir starten einen 24-Stunden-Nachrichtensender, den ersten seiner Art, GNN. Das ist ohne Zweifel die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Sie meinen Nachrichten, die 24 Stunden rot um die Uhr laufen? Ja. Mit anderen Worten, ein Sender, der nie Sendeschluss hat. Ja, ja, ja. Also 24 Stunden, es ist... Nichts für ungut, aber Sie sind dämlich. Ich versichere Ihnen, wir sind hundertprozentig seriös. Wir haben die neueste technische Ausstattung in Manhattan. Hier. Das ist Ihr Gehalt für die erste Woche. Beim Bizeps von Arnold Schwarzenegger! Was sagen Sie dazu, Ron? Ich nehme den Job. Und ich schwöre Ihnen, ich werde wieder die Nummer 1. Ich werde genau das tun, wofür Gott Ron Burgundy auf diese Welt geschickt hat. Mit perfekt gestylten Haaren die Nachrichten verlesen.